Was ist für mich der Prämie? Für mich, das Prämie zu bekommen war, dass es combustible, dass es oxygen gibt, die ich in der Lage bin, um die Justiz zu erreichen. Also wirklich gesagt, niemanden interessiert, und dann kam dieser Preis. Und das haben sich auch plötzlich JournalistInnen dafür interessiert, die sich noch nie für das Thema interessiert haben. PolitikerInnen haben sich auch plötzlich für das Thema interessiert. Und das war gut. Der Preis ist für uns eigentlich ein Symbol dafür, dass die öffentliche Meinung in einer großen Diskrepanz zu den politischen Entscheidungen steht. Der reichte uns in einer turbulenten Zeit, hat uns Mut gemacht und gestärkt. Der Anne Klein Preis war für uns ein ganz großes Geschenk. Und wir haben auch politisch auf diese Weise mehr Kontakte entwickeln können und auch nix stärkere Vernetzung dadurch erreicht. Der Angriff hat uns eine gute Idee und eine neue Erhebung hat uns in der Welt. Wir wünschen uns den Eindruck und Angelegenheit, dass die öffentliche und Angelegenheit die die öffentliche und Angelegenheit der Menschen mit dem Kassier-Kart werden. Der wichtigste Vision ist eine besonders gute Lösung für die harm vor, die Individuen durch die finanzielle und Familie verurteidung, und die mögliche Angelegenheit kann sie ihre Recht zu leben. Und ich wünsche mir sehr, dass die Themen, für die wir Preisträgerinnen alle stehen, im öffentlichen Umlauf bleiben, weil nur dadurch verändert sich auch etwas für die betroffenen Frauen. Und das wünsche ich mir doch sehr. Danke, Anne Klein.